Dubstep Intro! Wup, 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 blö, blö, blö! Tuck, 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 bapu, blö! Einen wunderschönen guten Tag bei den YouTubern, die zufällig zuschauende Passanten mit in das Video integriert. Die denken, die werden ja nicht ein- ... ein- ... bedäub-bedäub-bedäubiert. Aber wir machen das willkommen bei einem neuen Format, was eventuell etabliert wird, wenn es euch denn gefällt. Wenn nicht, dann lassen wir das eigentlich was geplant mit anderen YouTubern zu machen, wir machen es jetzt einfach alleine. Falls sich das nicht ergeben hat, guckt es euch einfach mal an und sagt uns alle, ob es euch gefällt. BAM! Scheißt der Hund die Katze an, ist das schön hier heute. Was für ein Hund mit Katze. Alles klar, mein Sohn? Zeig mal deinen Schwanz. Was seid ihr denn für eine Schwuchtel-Versammlung? Hat der Justin Bieber-Fant mit Wander-Tag? Jetzt tut ein Blödes Stück Scheiße, aber richtig gut. Wenn ich allein bin, kacke ich in die Badewanne. Ha, wie er sagt. Wie kommt das? Ich mag Kot. So, so. Frühmorgens riecht mein Urin immer genauso wie das Gelee im Katzenfutter. Ich glaube, das müssen wir jetzt hier auf der Disko-Podiums diskutieren. Frühmorgens riecht mein Urin genauso wie das Gelee im Katzenfutter. Wenn Sie eine Frage stellen wollen, tun Sie das ruhig, aber nicht zu denen. Kommen Sie ja, ich begleite Sie mal in die Stadt. Frühmorgens riecht mein Urin genauso wie das Gelee im Katzenfutter. Möchten Sie das Vergewaltigungsspiel spielen? Nee. Nee, das ist die richtige Einstellung. Die NSA weiß von den Tier-Sex-Videos auf Ihrem Computer. Frühmorgens. Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen? Du, dort, ich hier, das ändere mir. 20.30 Uhr Sex bei mir? Nimm meine Hand und küsse mich. Nimm meine Hand und küsse mich. Nein, danke. Gib mir eine Hand, oder ich werde dir in dein Gesicht schlafen. Danke. Fickificky? Aber immer noch eine Fick. Fickificky. Wenn du nicht gleich die Stauze hältst, rastet hier jemand aus. Die Stimmen, die Stimmen sind wieder da. Ich reibe mich manchmal mit Vaseline ein und tue, als wäre ich eine Nacktschnecke. Nein, hier! Moment! Ey! Alles cool! Ey! Mann, eine Spieche! Vip-K wann man Essaion jetzt schlafen? yet dal fقول с bilateral- 국ан! Entschuldigung, wollt ihr euch nicht erschrecken? Das war's mit dem neuen Video, und wenn es euch gefiel, lasst es uns gerne wissen, Kalle ist nekrophil. Und schreibt neue Kommentare, die wir zitieren sollen. Natürlich nur dann, wenn die meisten von euch mehr folgen wollen. Manchmal setze ich mich auf meine linke Hand, bis sie taub ist. Dann tue ich so, als ob es jemand anderes wäre und spiele an mir rum.